ups 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 ich habe eventuell nicht auf einer leise zu eventuell wenn es kurz ein auf mich ist hier und wieder bin ich weit weg sehr witzig ja der song den talurion und für uns geschrieben wird der passt ja wieder mal was essen was vorlesen hat arro den song auch schon gehört ich habe ihn doch im discord gepostet hat jeder anhören Ich sehe das hier, wie die Asche fliegt. Ich sehe das hier, wie die Asche fliegt. Ja, das ist mein Handy auch mit Müll, mit 20.000 Discord benachrichtet, wenn sie zu viele Discords rumfließt. Ich hab's nicht installiert. Keine Ahnung. Und sonst ist Discord immer auch stumm. Das ist mein Handy. Toll! Jetzt sind wir die Flüche runter. Ähm. das ist jetzt wieder mit einem schlag ganz ein latschen gehauen aber die hat noch keine verderbte da so drauf war alles gar nichts dafür ist ja seltsam doch nichts genauso weit wie hier mit dem bio aha die musik hier bisschen befremdlich sind aber nur die besiegen ich glaube es war kacke habe ich getroffen hatte mir gerade die akku geklaut hat er geschafft im pc schafft es mir die akku zu klauen endlich war ein profi dabei ist einer der schaden macht ich scheine ja dann keinen zu machen ja das wäre auch eine gute idee wenn der mal denkt hier aber dein npc geht gar nicht mit drauf ne bleibt bei dir stehen ja der bewacht mich ob den anführer auch nee das könnte was macht ihr das war hier na das holt den Folgendes Licht hier nochmal rum. Sinnlos. Ja, Signatur. Signatur, yay. Signatur. Okay, war wieder relativ einfach. Hey. Der ist am. Der Schaden war auch nicht von schlechten Eltern. Der hat ordentlich reingerissen. Äh, Bildtank. Hier, der ist gefesselt. Das ist doch unser Sirgon. Wieso sollte ich erst Sirtang suchen? Genau Sirgon ist es. Der, der Obi, der lebt doch da, Mensch. Das war aber eh. Wird bereits verwendet. Ah, nee. Mach du zuerst. Oder hat's bei dir geklappt? Haben wir jetzt geklappt? Ich bin fertig. Ach so. Weißt noch, Tumladen. Schon das nächste doch. Hm. Hm. Was haben wir eigentlich mit der Dirk müssen? Hier werden ja... Da hin. Feuer frei. Kann ich... Ich glaube, ich wollte schon mal abkürzen und das ging nicht. Da ist dann irgendwie Mauer gewesen. Stand ich da mitten im Wasser. Mitten im Nirgendwo im Wasser. Hallo, springen! Alter, ich... In welcher... Also, habe ich jetzt links oder rechts neben der Mauer festgehangen? Kann mir auch keiner sagen, ne? In der Mauer. Was ist in der Mauer? Ja, ja. Dieses Spiel. Warum bin ich im Kampf? Warum bist denn du im Kampf? Ich auch. Keine Ahnung. Diese Dunkelheit schlägt mir aufs Gemüt. Wolfi oder so. Binde ich mich hier? Keine Ahnung, wie lange es hier weitergeht. Ja, ja. Ich glaube, wir gehen dann nach Losnach. Nach Arm, nach... Ich habe das Gefühl, wir rushen hier die Städte so durch, machen da kaum Quests. Passt du mit 140? Da hattest du immer so fünf Quests pro Stadt, hätte ich gesagt. Aha. Die haben ihre Lager hier aufgeschaut. Unheilvolle Omen verfolgen uns in diesem Zeit. Damit Königskraut. Diese Dunkelheit schlägt mir aufs Gemüt. Recht mit den Flüchtlingen aus Minas Tirith. Ich trau mich in letzter Zeit nicht mehr weit von zu Hause weg. Ich frage mich, was aus dem Herzen nimmt was. Und in den Norden. Beides. Aha. Oh. Töder. Ups. Erst Korsaren, dann seltsame Armeen und jetzt der verdunkelte Himmel. Klingt ein bisschen wie du. Diese Dunkelheit schlägt mir aufs Gemüt. Ein entfernter Verwandter vielleicht. Bestimmt. Ja. Unheilvolle Omen verfolgen uns in diesen Zeiten. Dann noch Süd. Königskraut sammeln. Leibbrot. Einen Leibbrot für alle. Die teilen sich den. Das geht schon. Genau. Nee, da kriegt ein paar Krümelchen ab. Ja. Eine Folge quest. Ach, da ist das Brot. Ah. Glaube ich das jetzt einfach? Diebstahl. Sowas von. Naja, das ist für alle da. Brot für alle. Das gemeinschaftliche Essen hier. Geteilt. Brüder und schwesterlich. Unter allen Bedürftigen. Zilgon, Herr von Pelagir. Genau. Den schnappt man ja uns und nehmen ihn mit auf unsere Reise. Reise nach Umbar. Ich fühle mich gerade überhaupt nicht müde. Nö. Was ist denn los? Voll den Hänger. Puh, der du. Oh Mann, oh Mann. Ah, hier können wir. Okay. Habe ich mich auch gefragt. Steht bei XXX, bei YY. Warum? Ich, äh. Ich habe Geld. Ich kann dafür bezahlen. Ja, echt mal. Was kostet so Brot? Ein Silber? Fünf Silber? 500 Gold. 500 Gold. Hier unten, wo ich bin, drei, vier, drei Stück. Mal runter. Ein Gerstenbrot im Aha, etwa zehn Gold. Was? Gerstenbrot? Ist ja Wuche. Oh. Jetzt gucke ich mal nach. Es gibt 100 Tassen Mehl für fünf Gold. Ein Fünf-Laibe-Gerstenbrot. Minimale Stufe fünf. Fünf-Laibe-Gerstenbrot. Für Stufe fünf. Kosten. 14 Gold. Stufe fünf. Also die Stufe fünf habe ich im Intro. Da kann ich nicht mal ins Auktionshaus. Ey, ist das dein Ernst? Nachher der Server ist durch. Sache plus Mondstein. Achtend, 500 Gold. Fertig. Es hat aber 2500 Moral-Reck, aber alles außerhalb des Kampfes, okay. Es hat 27.000, ja, okay. Ey, was? Obwohl, hier gibt's... Achso, das ist innerhalb der Sippe. Sorry. Innerhalb der Sippe kostet es 30 Silber. Hä? Stackt das vielleicht mit was anderem? Kann das sein? Nein, ansonsten macht es überhaupt gar keinen Sinn. Weil es nur Moral-Reck außerhalb des Kampfes ist. Kein Sinn. Ja, der Atom ist natürlich schon wieder fertig, weil er wieder cheatet und auf dem Server nach dem Skript sucht, wo ihm das Königskraut einfach zugegeben wird. Doch. Doch, 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 so ist es. Guckst du einfach in der Liste. Okay, warte, wir sind Oberlebenin. Ja, dann geht das hier so. Oberlebenin. Das ist alles aufgeklappt, musst du dir vorstellen, ja. So, so, so. Dann sucht er kurz. Oberlebenin. Quest. Wir müssen das von mir aufhören, wenn wir mal mehr scrollen können. So. Quest. Ach, da, Königskraut. Und dann wählt er noch die Anzahl und dann ist fertig. So ist es. Ja, ja, doch, doch. Was brauchst du für die Kochqueste in Umba? Ach so. Mit einem Char aus dem Intro kannst du das nicht herstellen. Das ist zwar Stufe 1 Rezept. Ach, ja, ja, stimmt. Das ist was, was du, ähm, ein Rezept, was dann oben bei Lehrlingen auftaucht, das ich bis heute nicht verstehe. Es ist ein Umba-Rezept für Lehrlingen. Okay. Mhm, ist so. Siedli hat das, ähm, von jemandem bekommen. Er hat ihm das geschickt, keine Ahnung, warum. Und Siedli hat das wirklich echt richtig lange gesucht und ich habe das dann, er hat mir das auch geschickt. Als wir zusammengezockt haben, hat er mir das auch geschickt und ich sagte so, hä, das ist hier oben. Bei Lehrlingen ist so ein Ding aufgeploppt, zack. Wie bei Lehrlingen. Ist sie hier auch bei Lehrlingen? Tatsache. Keine Ahnung, warum. Ja, muss man verstehen. Das Gerstenbrust ist ein Rezept von der RUF-Fraktion der Menschen von Bré. Okay, aber es macht doch trotzdem keinen Sinn. Es gibt auf jeden Fall trotzdem ein Rezept für Lehrlingen. Umba-Rezept, Lehrlingsstufe. Juhu, fertig. Das war so, klar. Junge. Junge. Jetzt sind wir uns einen Kaffee hin und her geschickt. Laden mochte ich noch nicht. Und das andere da oben auch, das ist Tumladen, ne? Mit der anderen Brücke. Zwei Brücken. Ah, das war... Fischverarbeitung ist auch auf Lehrlingen. Genau, Fischverarbeitung ist auch auf Lehrlingen. Gibt es aber kein extra Rezept. Das ist in Umba selbst. Okay, das ist eine blöde Idee. Das ist eine ganz blöde Idee. Gleichlichste im Wasser, ich sehe schon kommen. Ja, Arthur, kannst du mich verrufen? Im ersten Brot gibt es leider nicht nur eines. Es gibt auch noch auf anderen Stufen. Das zählt aber nicht. Diese Dunkelheit schlägt mir aufs Gemüt. Sprech mit einer Wache in Tumladen. Sprecher der Tumladen. Junge, Mann. Diese Dunkelheit schlägt mir aufs Gemüt. Sprech mit im Land. Es gibt auch noch eine West-Fold-Kochstube mit Gerstenbruch. Auch für das super gelöst. Was hat das zu bedeuten? Sprech mit der Herrin Terenis. Was denn? Dass auf jeder Stufe hier irgendwo es ein Brot gibt. Äh, wie gesagt. Machst du einmal den Koch, dann... Das ist so ein Drecksberuf. Ich kann es nicht anders sagen. Das kann man nicht schönreden oder irgendwie... Wenn du... Ich glaube, es war für... West-Emnet oder Ost-Emnet. Wenn du da was kochen willst, brauchst du... Einen Teil vom Lehrling. Was vom Virtuosen. Was von überragend. Und dann irgendwie noch Experte. Da wirst du wahnsinnig. Da irgendwie eine Teigkugel. Dann eine Brombeermarmelade. Dann... Hey, da ist es aber... Habt ihr irgendwie einen Knall nicht gehört? Oder was? Und das sind alles Zutaten. Die musst du dann beim Bauer natürlich extra. Musst du ein Brombeermeld machen. Dann musst du Bären sammeln. Musst du die dann an der Werkbank verarbeiten. Springst du nur zwischen den... Ich hab nur hier die Suche. Das war die einzige Hilfe, die ich hatte. Ich hab immer hier Brombeermel eingegeben. Dann ploppt der alle Stufen auf, wo das drin ist. Damit du das Richtige findest. Oder... Keine Ahnung. Teigkugel oder so. Ey. Dann hab ich mir das notiert. Dass ich dann wusste... Okay. Weil das ist ja bei mir ein anderer Charakter. Der Bauer. Ist ja auch nicht so schlimm. Dass ich dann umlogge und sag... Okay. Ich brauch von der Stufe das. 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 Also... Kein anderer Beruf hat das. Keiner. Der Gelehrte hat das nicht. Der hat das nur innerhalb seiner Stufe. Ja. Lehrling. Hier die Kerze. Und bla. Kein anderer Beruf hat das. Nur für die Gilden. Sehe ich das ein. Beim... Schmied zum Beispiel. Beim Schmied musste ja... Äh... Schmiede... Ähm... Hab ich das hier? Ja. Schmiede-Gilde... Äh... Hochwertiges und Hartstahl. Hartstahl wird wieder gemacht. Für Schmiede-25... Äh... Aus... Ähm... Kohle und hochwertigem Eisen oder so. Äh... Zwergeneisen und Silber oder so. Irgendwas gebildet. Mein Gott. Das geht alles so. Ist alles okay. Meistens ist ja der Schmied... Und der Schürfer... In einem Beruf. Meistens. Da ist das nicht so tragisch. Da hast du eh alle Metalle da. Du springst nicht die ganze Zeit... Zwischen den... Zwischen den Handwerksstufen hin und hier. Von... Lehrling bis zu Umbau. Also... Boah. Wört, mögt... Das hat ein Sensei geploppt. Der Sensei ist erschienen. Ich hab die beiden letzten Posts vertauscht, um die bekannten Probleme aus den Patches zu schließen. Was? Das Rezept Leibgerstenbrot der Westfortstufe kann nicht genutzt werden, um diese Aufgabe voranzutreiben. Wir werden die Namen dieser Gegenstände in einem zukünftigen Update klarer voneinander abgrenzen. Das Gerstenbrot, das nötig ist, um die Aufgabe Einfuhr aus dem Norden, die richtige Kruste voranzutreiben, erhaltet ihr über ein Rezept der Lehrlingsstufe. Hm? Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, ich hab einfach irgendwas gesucht, was billig in der Herstellung war und hab das gemacht. Irgendwie so. Hast du ja nicht vertauscht? Ha! Am Mittwoch soll 40.1 kommen. Was hat das zu bedeuten? Dann bin ich auf die Update-Zeit gespannt. Du solltest es aber vertauschen. Achso, ich sollte das auch noch. Ich kann's mir doch nicht sagen. Ich soll jetzt falsch lesen mit Absicht. Das kann ich nicht. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Was ist denn mit der nicht richtig? Achso. Entschuldigung. Okay. Entschuldigung, dass ich das nicht vertauscht habe, Talyrin. Tut mir leid. Hier fehlen noch tausend Erfahrungen. Yay. Ja, die haben wir ganz schnell zusammen. Ah. Die Quest jetzt hier abhören. Es werden einige Wörter verschluckt. Ja, es tut mir leid. Ich habe seit letzter Woche ein anderes Mikro. Und ich habe das eventuell ein bisschen weiter weg. Ich muss einfach lauter reden, weil die... Das Noise-Gänseling... Also, äh... Quatsch, das... Äh, warte. Das Noise-Gate ist ein bisschen anders. Ich mach mal... Moment. Okay, die Tastatur hört ihr nicht. So. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so ist. Also, falls das noch mal passiert, bitte einmal kurz zur Rückmeldung, dass manche Wörter dann abgehackt sind. Weil die sind dann leider auch in der Aufnahme abgehackt. Ist zwar... Vielleicht... In dem Moment dann nicht so schlimm, weil ich nur Müll laber, aber... Ist halt schade. Anderes Mikro. Ja, anderes Mikro. Anderes Mikro. Yay. Anderes Mikro. Heißt jetzt nicht, dass es unbedingt besser ist? Es ist einfach nur anders. Und ja, ich habe einen Haufen Filter und OBS drauf. Known to Pelagier. Ich dachte, ich sage es dir mal, falls Arthur das nicht schon gesagt hat. Nö, Arthur hat doch gar nichts gesagt. Aber es kann sein, dass im Teamspeak ich immer zu verstehen bin. Weil OBS ja noch ein paar Filter drauf hat, die Teamspeak hat keine drauf. Ich habe Jule gemutet, ich verstehe gar nichts. Kann ich nach... Ja, glaube ich. Sofort, ja. Deswegen wird auch keine Rückmeldung kommen. Er sieht denn... Also Arthur guckt nebenbei den Stream. Und er sieht dann, wenn sich meine Lippen bewegen. Und dann sagt er einfach random Sätze, die immer passen. Genau. Ja. Er kann Lippen lesen. Genau, er kann... Ja. Oh, es gibt ein Höschen. Hm. Ja. Hau ich mal den Skillpunkt auch hier rein. Plus 20 Prozent erhöhen. Erschaden und... Cool damit reduziert. Boah. Die... Wir reißen jetzt geht es in der Krugel, oder? Mittlere Rüstung, so sieht gar nicht so schlecht aus. So ein bisschen verwaschen. Tschüss. Tschüss, war schön. Ich habe das Mikro jetzt ein bisschen näher rangemacht. Also jetzt sollte es... Anwur der Furchtlose wurde von Aragorn höchstpersönlich nach Tumladen entsandt, um der Herren Terrenis vom Sieg bei Pelagir und ihrem Bruder zu berichten. Er hofft, ihren Sorgen so ein Ende bereiten zu können. Angboah, achso. Schade, dass die in seiner Rüstung so wischiwaschi wird. Das ist irgendwie doof. Und weiter weg. So ist es schön scharf, aber... Ah, das kriege ich für das Hauptnähen nicht hin. Das wird nix. Ich tue dies nur für meinen König. Okay. Das ist die Schwester von Denethor. Ach, du Scheiße. Also, dein Bruder hat so ein bisschen einen an der Klatsche. Aber wir wären damit fertig. Wir schubsen den einfach vom Turm runter. Äh, Ausleger. Ausleger. Ja. Manche fragen sich, warum ich das Leben eines Kriegers und ich den als Diplomaten gewählt habe. Ja, warum denn nicht? Ich sch Extension, Torongi war in meiner Jugend bereits ein Mann. Hm? Ja, kann sein. Und sein Gesicht ist nicht gealtert. Hehehe. Er hat halt eine ziemlich gute Nachtcreme. Funktioniert tipptopp. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Armee der Toten. Achso, wir haben das ja noch gar nicht gespielt. Ja, also Pelagir wäre ja jetzt schon gewesen, ne? Die Schlacht um Pelagir. Deswegen sagt er, wir haben das König's Banner gesehen. Das Banner's König, oh Gott. Und eine riesige Armee von Toten folgte ihm. Aber wir haben das ja noch nicht gespielt. Deswegen passt das jetzt nicht so ganz. Bei der epischen Schlacht doch eigentlich die Stufe auch aus sein, oder nicht? Ja. Ja, ja. Du wirst ja auch runterskaliert auf 100. Hm, hm. Stimmt. Müssten wir halt dann doch mal spielen. Das müssten wir ja. Erzähl jetzt die ganze Lebensgeschichte, oder was? Meine Güte. Mhm. Oh, meine Handyhülle geht kaputt. Ah! Kann durchgucken. Ah. Mist. Okay, bevor wir in den Urlaub fahren, brauche ich noch eine neue. Ich habe erst mal gesehen auf dem Kalender. Es ist ja bald so weit. Bei der Fresse, wie die Zeit rennt, ey. Hm, oder halb's ja rum? Halbes Jahr ist rum. Umzug steht bald an. Ich muss mich unbedingt noch um Umzugsunternehmen kümmern, was sonst nicht eine halbe Niere haben will. Und das halbe Herz, ey. Oh. Und irgendwie Beutelvertrag auf Lebenszeit. Ja, nee. Was hat das zu bedeuten? Umzugskartons habe ich mir jetzt schon einige bei Kleinanzeigen rausgesucht. Was hat das zu bedeuten? Ah, kritische Treffer. Ich habe ihn noch gesehen. Taktische Beherrschung. Äh. Es geht Richtung Minis. Äh. Yay. Minis. Wupp, wupp. Kritische Treffer. Achso. Rausche ich jetzt die Rüstung oder nicht? Ja, cool ist eigentlich, weil er einfach verliere ich halt eigentlich sein physischer Meisterschaft. Ach, komm. Oh, mein Glück. Schöne blaue Hose, Weg. Hm. So. Kein Wort aus Minis Tirit. Umgehung einer Verteidigung. Entschuldigung. Ruft Wachen zur Ordnung, die Gerüchte verbreiten. Wat? Na, den hauen wir doch mal auf die Fingerchen. Vormarsch ins Landesinnere. Gerüchte verbreiten. Was ist das hier? Im Dienst. Jo, Hände klatsch. Und es hat erst vorgestern geschneit. Hat der Mann gerade geschrieben, es hat geschneit? Oh, ja, das habe ich auch auf der Zugspitze gesehen. Die sind im Schnee ersunken. Schnee. Weil der volle Windeeinbruch war. Ey, ich will mir kurze Hose da rumspringen. Hol lieber mal deine Wintersachen raus. Oh, nee. Schlitten fahren. Ja, genau, Schlitten fahren am Arsch, ey. Ich wollte mich in die Sonne packen und chillen und das schöne Wetter genießen. Rudeln, scheiß rudeln, ey. Ich will nicht. Ich will Sommer. Kommst du mir, kannst Schiff fahren. Ja, oder was? Alle sind laut auf dem Gummi-Boat. Oh, nee. So, wer marschiert davon? Ja. Ach. Guten Tag. Gestern meinte Jones so, ja, ähm, for seven days die Alpha 1 oder Passion 1. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es das nennen soll. Das steht dann, glaube ich, auch erst. Das steht aus, wenn es so weit ist. Und, ähm, da war er so, ja, also für heute machen wir Schluss. Aber wir müssen ja noch 30 Folgen aufnehmen. So, was? Naja, wenn das Ende Juni kommt. Ja, jetzt ist, äh, Ziel, 30 Folgen noch aufzunehmen. Also wir haben nächstes Wochenende eine Menge vor uns. Weil wir müssen das ja alles auch schneiden. Hochladen, das wird richtig lange dauern. Und dann noch die ganzen Thumbnails bauen. Alter, 30 Thumbnails vorbereiten. Ich werde... Boah. What? Äh. Allein eine Folge... Warte mal, was hat... Ich guck mal, was hier ist. Eine Folge hat 11 Gigabyte. Die lädt ungefähr 40 Minuten hoch. Boah. Ey, aber kann ich ja eine Woche nicht zocken. Das ist ja nur am Laden. Also ich kann ja nicht... Also hochladen und, ähm, streamen geht nicht gleichzeitig. Das packt die Leitung nicht. Schon klar, ne? Scheiße. Entschuldigung. Äh. Äh. Was ein Mist, ey. Oh ja. Übernachung zum Chat ist getrennt. Sie ist wieder da. Sache hier spinnt, glaube ich. Das ist der Internet. Allgemein. Keiner. Keiner bemerkt, oder? Starte den Upload morgens. Was du wirst, Jones, äh, lädt auch hoch. Am Tag. Leider. Er lädt ja mit hoch. Oder vor dem ins Bett gehen. Ja. Da drüben. Die... Das Ding läuft fast... Fast jede zweite Nacht durch. Der hat für sein Hellblade zwei Video... Das hat, glaube ich, neun Stunden hochgeladen. Es geht... Das ist klar. Es geht acht Stunden, oder so. Äh. Ja, doch. Also hat er einmal ein Stück komplett aufgenommen. Er hat ein großes Video gemacht. Das hat... Ähm. Ja, doch. Das hat... Das hat richtig lange gedauert. Mhm. Ja. Ja. Also... Es ist, ähm... Mit einer 500er Leitung... Echt nicht einfach, wenn zwei Leute YouTube machen. Das ist echt viel Absprache. Das geht dann aber ruhig mal rüber. Gar nicht? Ja. Okay. Oder... Äh. Lädst du nachher noch was hoch? Ja. Ich bin dann 30 Minuten fertig. Gut. Ich, äh, stelle mir einen Wecker. Und dann, äh, weiß ich die Zeit. Und dann lad ich hoch. Okay. In der Zeit mache ich die Subnates fertig. Okay. Es ist echt viel Absprache hier. Oder wenn Jones, während ich streame, hoch lädt, das haben wir auch manchmal, dann kann er das aber drosseln. Weil er lädt ja auf einen speziellen Server hoch. Er lädt nicht direkt zu YouTube hoch, weil das den Algorithmus ein bisschen kaputt macht. Das ist voll blöd. Angenommen, ich, ähm, lade jetzt, sagen wir mal, über eine Woche Videos hoch, dann liegen die irgendwie schon lange auf YouTube. Und kriegen weniger Klicks, als wenn ich die frisch hoch lade. Das ist irgendwie... Ich verstehe nicht warum. Aber wenn die dann erst... Das kann ich nicht heilen. Das lädt nicht. Das war denn gerade so lange mit dem Cooldown, äh. Ähm. Das darf irgendwie nicht so lange auf dem YouTube-Server sein. Deswegen hat Jones extra einen Server angemietet, wo er die Videos hochlädt. Ey, ich mag mir aber nicht so viel Arbeit. Ey, ich bin mich bescheuert. Das ist... Und die werden dann automatisch auf den YouTube-Server hochgeladen. Das ist alles getimt. Per Skript. Hallo, Red Cully. Ich hätte mal ne Frage. Weiß jemand, wie ich die empfohlenen Kanäle in Twitch ausblende? Gar nicht. Ich glaube, das geht nicht. Nö. Ich glaube, das geht wirklich nicht. Das sieht nicht wie... Nein. Die bluten empfohlenen Kanäle nerven mich nämlich auch. Oder Zuschauer von dir, die da schauen würden. Das ist mir eigentlich auch wurscht. Aber das kann man, glaube ich, nicht rausmachen. Hm. Aus demnach, die ganze Seite wechsel ich es gar nichts mehr. Tourinshalle Eingang, Tänzendes Pony. Was? Nein. Ah, shit, Eingang. Was? Zu den Marken des Heldentums, ne? Ach so, wo konnte ich die wieder eintauschen? Ja, vor dem Pony. Vor dem Pony zum Beispiel steht einer rum. Genau. Sensi schreibt das schon. Wie man das einstellen kann. Ich habe schon wieder 60 von 60. Was? Elden Marken 20 von 60. Mäh. Einstellung, Kanal, empfohlene Inhalte, vorgeschlagene Kanäle, Optionen, vorgeschlagene Kanäle. Auf, aus. Aha. Über Better Twitch, wie ging das bisher? Seit ein paar Tagen wird das gar nicht mehr. Oh. Okay. Keiner. Geht an den Doktor? Oh, keine Ahnung. Mir war das relativ wurscht. Ich lese das eh nicht. Weil meine Leiste von Kanälen, die ich folge, so lang ist, dass ich gar nicht sehe. Richtig. Ist bei mir genauso. Die ist auch so lang. Ich bin überhaupt. Manchmal habe ich da schon Kanäle gefunden, die ich gar nicht so schlecht fand, wo ich dann mal hängen geblieben bin. Wo zum Beispiel, ähm, die einen, äh, eine Kamera in ihrem Garten aufgestellt haben und dann kam doch mal ein Eichhörnchen vorbei und das lief irgendwie das ganze Wochenende über, dass ich mir, okay, weil ich hier gesessen und gefrühstückt habe, habe ich dann irgendwie den Eichhörnchen dazu geguckt und dann kamen mal eine Amsel und ein paar Finken und eine Blaumeise und eine Kohlmeise. Hm, joa. Der wurde mir vorgeschlagen, ich fand den total chillig. Ist okay. Hm. Dann gibt es noch einen mit Waschbären. Ähm. Oh, oh. Sandbild. Kann ich fliegen? Kann ich fliegen? Nee, aber ich kann halb hüpfen. Mist. Jetzt geht's wieder. Kacke. Ich will fliegen. Hehe. Im Leck bleibt man manchmal oben stehen. Scheiße. Scheiße. Äh.